Es gibt normale Säuren wie Salz oder Schwefelsäure, die eigentlich schon gefährlich genug sind. Dann gibt es Supersäuren, die noch gefährlicher sind. Und dann gibt es an der Spitze aller Supersäuren die stärkste Säure der Welt. Hexafluor-Antimonsäure. Mit einer Säurestärke 100 Billiarde mal größer als die von Schwefelsäure. Zudem auch eine der giftigsten Säuren überhaupt. Nicht ohne Grund stand für diesen Dreh ein Notarztwagen von meinem Labor. Auf YouTube ist erst ein Video zu dieser Substanz online. Und heute werden wir gemeinsam Geschichte schreiben, indem ich das zweite Video überhaupt bzw. das erste deutschsprachige Video zur Hexafluor-Antimonsäure hochlade. Heute werden wir so falsche Dinge wie erst die Säure, dann das Wasser durchführen und selbstverständlich Haut, Fleisch und Knochen wegätzen. Ich schütte die Säure auch auf Metalle wie Edelstahl und Natrium, auf Sicherheitshandschuhe und auf meinen eigenen Kittel. Bevor ich jetzt alle Spoiler würde ich sagen, lehnt euch zurück und genießt die folgenden 20 Minuten. Die erste interessante Frage ist die, wie mir die stärkste Säure der Welt eigentlich geliefert wurde. Und die Antwort ist ziemlich einfach in einem Gefahrgutkarton, auf dem zwei Gefahrenpiktogramme kleben. Diese Piktogramme entsprechen den Gefahren der stärksten Säure der Welt. Sie ist nämlich ätzend bzw. korrosiv oder auch augenschädigend und toxisch. Und gesendet wurde das Paket von einem ganz normalen Versanddienstleister, der auch Gefahrgutversand anbietet. Eine noch viel interessantere Frage ist, in welchem Behälter wird die stärkste Säure der Welt angeliefert? Ja, und ich kann jetzt schon mal spoilern, es sind gleich mehrere Behälter. Ah, da lächelt uns schon der erste Behälter an, und zwar eine Blechdose, auf der draufsteht, welche schöne Chemikalie sich hier drin befindet. Sehr schön, ein beinahe epischer Moment. Um diese Dose jetzt zu öffnen, werde ich mir resistente Handschuhe und einen Atemschutz anziehen, denn man weiß nie, ob hier drin mal irgendwas ausgelaufen ist. Auch wenn es nur ein bisschen ist, das sind Substanzen, die ich definitiv nicht an meinen Händen haben möchte und die ich auch nicht einahmen möchte. Die äußere Verpackung ist erstmal eine Blechdose. Auf dem Deckel der Blechdose ist tatsächlich eine Anleitung zum Öffnen aufgedruckt. Ich würde sagen, wer nicht weiß, wie man eine Dose mit Lasche öffnet, sollte lieber prinzipiell die Finger von der stärksten Säure der Welt lassen. Aber da könnte ich mit meiner Überlegung auch vielleicht etwas zu konservativ sein. In der Dose kommt ein graues Tuch zum Vorschein. Das ist ein Chemikalienbinder, der im Falle des Auslaufens jegliche Flüssigkeiten aufnimmt. Wie ein Hochleistungslappen. In dem Chemikalienbinder befindet sie sich endlich, die Flasche mit Säure. Und da ist sie, Hexafluorantimonsäure, die stärkste Säure der Welt. Abgefüllt in einem Behälter aus sogenanntem Perfluoralkoxypolymer. Im Gegensatz zu normalem Kunststoff wie Polyethylen sind hier alle Wasserstoffe durch Fluor ersetzt worden, sodass die Säure den Behälter nicht angreifen kann. Ein ähnliches Material kennen wir alle aus dem Alltag, Teflon. Teflon ist ebenfalls ein vollständig fluorierter Kunststoff. Die stärkste Säure der Welt ist aufgrund der Fluorid-Ionen zudem auch eine der giftigsten Säuren überhaupt. Beschriftet mit den Gefahrenkennzeichnungen, tödlich bei Einatmen, tödlich bei Verschlucken und tödlich bei Hautkontakt halte ich es für sinnvoll, ein zuverlässiges Sicherheitskonzept aufzufahren. Das Sicherheitskonzept besteht aus einem Notarztwagen und einer Dekontaminationseinheit. Alles geführt von einem Feuerwehrmann, einem Sanitäter und einer Sanitäterin mit ärztlicher Freigabe, mir das entsprechende Gegengift zu spritzen. Die Säure macht es einem alles andere als einfach. Im Studium wurde uns regelrecht Angst davor gemacht, auch nur einen Spritzer Flusssäure abzubekommen, da eine handhellergroße Verätzung zum Vergiftungstod führen kann. Aber Verätzungen sind nicht das Hauptproblem. Hexafluantimonsäure ist ein starkes Atemgift und hier liegt die Hauptgefahr, denn sie raucht und dampft unglaublich stark. Und dieser Rauch und Dämpfe sind in Kombination tödlich. Als wohl wichtigster Teil des Sicherheitskonzeptes werden also alle Beteiligten, neben dem beim Unboxing gezeigten Schutzhandschuhen, Atemschutzmasken tragen. Die beiden Sanitäter Marie und Cedric tragen permanent Vollmasken von Dräger, einem deutschen Hersteller für Sicherheitsequipment mit entsprechendem Gas- und Partikelfilter. Was solche Filter bei einem Dreh dieser Art alles aushalten müssen, werde ich später genauer beschreiben. Ich kann aber schon mal so viel sagen, dass die von uns verwendeten Filter gegen fast jede Art Gas und Dampf schützen. Im Worst Case müssen die beiden Sannis nämlich dazu in der Lage sein, einen ohnmächtigen, mit rauchender Hexafluantimonsäure überschütteten Jan-Joel aus dem Labor zu ziehen, ohne selbst beim Einatmen der Dämpfe und des Rauches in Gefahr zu geraten. Daher sind die Vollmasken von Dräger essentiell. Es gab einen Schlüsselmoment im Video, in dem ich bemerkt habe, wie aggressiv die Säure mit meinem Kittel reagiert. Erst ab da habe ich auf einen sogenannten Form-2-Chemikalienschutzanzug gewechselt. Wundert euch also bitte nicht, weshalb ich in den ersten 20 Minuten des Drehs noch einen Kittel getragen habe. Eine wichtige Info vorweg noch zum Thema Atemschutz. Ich war im Gesicht nicht rasiert, daher ist mit einer erheblichen Beeinträchtigung der Schutzwirkung der Atemschutzmaske zu rechnen. Dennoch habe ich während des Drehs keinen Geruch wahrgenommen, der für das Eindringen der Gase und Dämpfe in meine Atemschutzmaske gesprochen hätte. Ich muss noch mal betonen, eine Rasur wird aber dringend empfohlen. Bisher ist nur zur Hälfte klar, warum man jetzt ein so großes Sicherheitskonzept mit Rettungskräften und vollwertigem Atemschutz braucht. Um das zu zeigen, starten wir jetzt direkt mit dem ersten Experiment. Hexafluantimonsäure versus Hähnchenkeule. Das erste, was auffällt, ist eine extrem intensive Rauchentwicklung, schon ohne, dass die Säure mit dem Hähnchen in Kontakt kommt. Woran das liegt, werden wir später klären. Spoiler, der Rauch ist giftig bis tödlich und krebserregend. Die Säure scheint der Haut auf den ersten Blick nicht viel anzuhaben. Beim Hochheben der Keule fällt aber auf, dass das Fleisch die Aktion nicht so einfach weggesteckt hat. Es ist stark angegriffen, aber da geht noch mehr. Wie reagiert das blanke Fleisch auf die stärkste Säure der Welt? Ich würde sagen, das war eindrucksvoll. Das Fleisch wird sofort aufgelöst, indem es sich in Kohle verwandelt. Und mit diesem Anblick im Hinterkopf müssen wir uns um die passenden Schutzhandschuhe kümmern. Zur Verfügung stehen Einweg-Nitrilhandschuhe, dicke Mehrweg-Nitrilhandschuhe, Einweg-Latex-Handschuhe und Mehrweg-Handschuhe aus einem Kunststoff namens Viton, der dem Aufbewahrungsbehälter der Säure ähnelt. Zusätzlich noch ein Stück Baumwolle, das ich aus meinem Kittel ausgeschnitten habe. Wir starten mit dem Einweg-Nitrilhandschuhe. Der Handschuh verfärbt sich vom Blau zu grünlich. Nach 4 Minuten Einwirkzeit ist das Nitril so beschädigt, dass ich es mit zwei Glasstäben auseinanderziehen kann. Der Handschuh ist damit nicht geeignet, um vor Verätzungen zu schützen. In diesem Video werden wir noch oft sehen, dass sich Dinge verfärben, sobald die Säure damit in Berührung kommt. Vorzugsweise werden die Sachen schwarz, weil dann Kohle entsteht. Hexafluorantimonsäure oxidiert den Kohlenstoff, der in organischen Verbindungen wie Kunststoffen, Baumwolle oder Fleisch befindet, zu elementarem Kohlenstoff, der dann als schwarze Kohle sichtbar wird. Als nächstes ist der Latex-Eindickhandschuh dran. Auch dieser Handschuh verfärbt sich. Er wird von gelb zu orange. Nach 2 Minuten Einwirkzeit ist der Handschuh aber ansonsten nicht weiter beschädigt. Ich kann ihn nicht auseinanderreißen. Hier muss ich aber ganz klar sagen, dass der Vergleich unfair ist, da der Latex-Handschuh der Säure nur halb so lange ausgesetzt war, wie der Nitrilhandschuh vorher. Nebenbei haben wir einen weiteren Kunststoff getestet, der offensichtlich nicht gegen die Säure standhält. Meine graue Reaktionsunterlage. Die Unterlage besteht aus HPVC und färbt sich bei Berührung mit der Säure schwarz. Das schwarze ist, wie vorher bei einem Hähnchenfleisch auch, Kohle. Durch die Säure wird das PVC also verkohlt. Der dritte Handschuh ist auch ein Handschuh aus Nitril, also dem gleichen Material wie Handschuh Nr. 1, nur dass dieser hier dicker und als Mehrwegprodukt zugelassen ist. Auch hier verfärbt sich das Material von türkis zu grün-gelb. Nach 2 Minuten Einwirkzeit schaffe ich es nicht, den Handschuh mit 2 Glasstäben auseinanderzuziehen. Aufgrund des Tests mit dem Einwegnitril halte ich diesen Handschuh hier dennoch absolut nicht für brauchbare Schutzausrüstung für den Umgang mit der stärksten Säure der Welt. Der letzte Handschuh in dem Vergleich ist ein Hochleistungsprodukt aus Viton. Bei Berührung mit der Säure bildet sich eine braune Schicht auf der schwarzen Oberfläche. Nach 3 Minuten Kontaminationsdauer kann ich auch das Viton nicht zerreißen. Natürlich bin ich nicht unvorbereitet in diesen Test reingegangen. Handschuh aus Viton sind extrem oxidationsstabil und undurchlässig für Flusssäurederivate. Daher hatte ich diese Handschuhe während der Tests schon an und werde sie auch bis zum Ende der Experimente tragen. Im Gegensatz dazu hält Baumwolle absolut nicht stand. Ein normaler Kittel verkohlt bei Kontamination mit Hexafluorantimonsäure sofort. Und die Reaktion ist wirklich sehr heftig. Es zischt und raucht. Das nächste Stück Fleisch ist Schweinefleisch mit Haut. Auch hier sieht es erstmal so aus, als würde die Haut nicht angegriffen werden. Aber doch, denn sie verdunkelt sich, während die Säure ihren Dienst tut. Und so eine Farbänderung ist meistens ein Indiz für eine Reaktion. Und jetzt kommt eine der beiden schönsten Aufnahmen, die ich für dieses Video gemacht habe. Säure direkt auf Schweinefleisch. Die Hexafluorantimonsäure reagiert in Millisekundenschnelle mit dem Fleisch und hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Unter starker Rauchentwicklung verwandelt sich das rote Fleisch in eine schwarze Kohleader. Das würde auch mit meinem Körper passieren, wenn ich Spritzer davon abbekomme. Daher sieht mein Outfit of the Day so aus. Ein ganzkörperchemikalienanzug als Einwegprodukt, sogenannte Form 2 Ausrüstung, das stärkste wäre Form 3, kombiniert mit den säureresistenten Vitoject Handschuhen und einer Atemschutzmaske. Wie man jetzt mehrmals eindrucksvoll gesehen hat, raucht die Säure sehr stark und daher trage ich, je nachdem ob der Abzug an oder aus ist, eine Halbmaske mit Filtern für ca. 50 Euro oder die Vollmaske mit Filter für ca. 200 Euro. Die Atemschutzmasken haben die Schutzklassen A, B, E, K, H, G, P3. Bedeutet, sie schützen gegen organische Gase und Dämpfe wie Lacken oder Klebern, anorganische Gase und Dämpfe wie Chlor, saure Gase und Dämpfe wie Schwefelsäure, Flusssäure und Chlorwasserstoff, also sehr wichtig heute für dieses Experiment, dann noch gegen Ammoniak, Quecksilber und feinste Partikel. Und trotz des hohen Schutzes kann ich durch die beiden Filter der Halbmaske deutlich besser atmen, als durch eine normale FFP2-Maske. Ich hatte die Halbmaske jetzt schon auf mehreren Drehs in den letzten Monaten an, ohne die Filter auch nur einmal gewechselt zu haben und da haben sich locker über 30 Stunden Tragzeit angesammelt. Wer also mit Lacken, Terpentinen, Beizmitteln, Säuren, übelriechenden Gasen oder irgendwelchen Putzmitteln arbeitet, ist mit dieser Art von Maske bestens bedient. Und bei staubigen Angelegenheiten wie Schleifen, Bohren, Schneiden oder allgemein Baustaub gibt es sowieso keinen besseren Schutz, da hier ein Partikelfilter der höchsten Schutzklasse P3 bzw. FFP3 integriert ist. Diese Schutzklasse schützt übrigens auch vor Bakterien und Viren. Die Halbmaske plus Filter, die ich hier benutze, gibt es als sogenanntes Chemiearbeiter-Set zu kaufen. Es war mit dem Sponsor des Videos nie abgesprochen, dass ich Werbung für diese Halbmaske plus passende Filter mache, aber dieses Set hat sich einfach als mein persönlicher Liebling herauskristallisiert. Die Empfehlung, die ich hier mache, kommt also wirklich von Herzen. Die Vollmaske wiederum bietet die nächst höhere Schutzklasse bei Gasen und Dämpfen, zu erkennen an der Zahl 2 hinter den jeweiligen Buchstaben und zusätzlich bietet sie auch einen Augenschutz durch das dicht abschließende Visier. Die Vollmaske und Filter, die ich für den Dreh benutze, sind ebenfalls im Trägershop verfügbar. Mit dem Code JJ20 bekommt ihr 20% auf ausgewählte Atemschutzmasken wie meiner Vollmaske, FFP-Masken und Halbmasken, vor denen ich hier die ganze Zeit schwärme. Nachdem wir vorhin gesehen haben, was die stärkste Säure der Welt mit Hühnerfleisch macht, ist es interessant zu sehen, was eine normale Säure so anstellt. Nehmen wir dazu einfach Schwefelsäure. Hier geben wir jetzt auch nicht nur 0,5 oder 1ml drauf, sondern direkt 5ml Schwefelsäure. Die Haut zieht sich etwas zusammen, sobald die Schwefelsäure draufkommt, ansonsten ist nicht viel zu erkennen. Viel mehr war bei der Hexafluorantimonsäure in den ersten Sekunden aber auch nicht zu sehen. Aber auch das Fleisch sieht bei der Schwefelsäure nicht stark angegriffen aus. Das hier ist kein Beweis dafür, dass Schwefelsäure nicht gefährlich ist. Ganz im Gegenteil. Auch wenn sich hier keine Kohleader bildet, heißt es nicht, dass das Hühnerfleisch keinen Schaden genommen hat. Personen, bei denen Schwefelsäure auf die Haut oder auf das Fleisch gelangt, haben immense Schmerzen. Und das zeigt eigentlich, wie stark die Schmerzen sein müssen, wenn Hexafluorantimonsäure auf die Haut gelangt oder auf das Fleisch gelangt. Und diese ist dann direkt in Kohle verwandelt. Das muss eigentlich unerträglich sein. Das nächste Testobjekt ist ein Hähnchenknochen. Hier ist nicht viel Spektakuläres zu sehen. Der Knorpel verkohlt leicht und der Knochen zeigt wenig optische Veränderungen. Ich gehe aber stark davon aus, dass er durch die Säure angegriffen wird. Aber das dabei entstehende Calciumfluorid eben genauso weiß aussieht wie der Knochen. Man kann das Reaktionsprodukt also farblich nicht vom Knochen unterscheiden, obwohl die Säure starken Einfluss auf den Knochen nimmt. In der Schule wird uns immer beigebracht, erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure. Wie könnte man diese Regel besser brechen als mit der stärksten Säure, die es gibt? Wir benutzen jetzt also erst die Säure und geben dann das Wasser drauf. Die Reaktion ist extrem stark. Noch stärker wird die Reaktion, wenn man eine Säure auf seinen Gegenspieler kippt. Das gegenteilige Pendant zur Säure ist eine Base oder Lauge genannt. Natriumhydroxid ist so eine Base und die Reaktion ist stark, wie erwartet. Es gibt verschiedene Theorien, die generell beschreiben, was überhaupt eine Säure oder Base ist. Die Theorie nach Brönstedt sagt beispielsweise, dass eine Säure ein Protondonor ist, während eine Base das Gegenteil ist, also ein Protonakzeptor. Jetzt lässt sich damit noch nicht so wirklich erklären, warum Säuren eigentlich so stark ätzen oder auch Basen. Teilweise können Basen noch stärkere Verätzungen hervorrufen als Säuren. Beispielsweise ätzen sich mit Natriumhydroxid vollzeitkriminelle Menschen ihre Fingerabdrücke weg, sodass sie nie mehr wiederkommen. Das wäre mit verschiedenen Säuren gar nicht möglich. Im Hochsommer 2024 werde ich einen eigenen Videokurs über die Grundlagen der Chemie launchen. Wer mehr darüber erfahren möchte, warum Säuren und Augen so aggressiv sind und alles um sich herum auflösen, ist mit dem Videokurs bestens bedient. Vor allem richtet sich der Kurs an dich, wenn du in der Schule, während der Ausbildung oder während des Studiums mit Chemie konfrontiert wirst und nicht mehr weißt, wo oben und wo unten ist. Euch fehlt quasi jegliches Grundverständnis oder habt das Gefühl, dass ich es euch besser erklären kann? Ja, dann freut euch auf den Hochsommer 2024. Ich werde euch alle chemischen Grundlagen in meinem Stil erklären, sodass ihr easy durch eure Prüfungen und auch durch meine manchmal komplexen YouTube-Videos kommt. Sobald der Videokurs online ist, werde ich ihn unter dem Video verlinken. Das nächste Experiment wäre die pH-Wertmessung. Es gibt hier jetzt aber allerdings ein großes Problem und das zeige ich euch jetzt. Das pH-Papier wird von der Säure einfach zerstört. Der Rest des pH-Papiers, der nicht zerstört ist, ist aber rot. Und dieses Rot steht für pH 0. Ein pH-Papier kennt man wahrscheinlich noch aus der Schule. Es gibt pH-Werte von 0 bis 14. 0 ist dabei sehr sauer, 7 ist neutral und 14 ist basisch. Das bedeutet, wenn der pH-Wert hier bei 0 steht, ist es eine ziemlich saure Säure. Jetzt muss man allerdings sagen, dass bei einer solch ultrastarken Säure, genannt Supersäure, der pH-Wert nicht wirklich gut anwendbar ist. Den pH-Wert kann man beispielsweise anwenden bei Zitronensäure, Vitamin C oder auch verdünnter Salzsäure. Aber bei einer Supersäure wie Hexafluorantimonsäure, also das funktioniert eigentlich gar nicht. Wenn man jetzt die reale Säurestärke von Supersäuren oder auch konservierter Schwefelsäure und so weiter bestimmt, werde ich auch in dem Videokurs erklären. Die nächsten Reaktionen machen wir jetzt recht schnell hintereinander weg. V2a, Edelstahl und Hexafluorantimonsäure. Unedeles Magnesiumpulver und Hexafluorantimonsäure. Kupferdraht und Hexafluorantimonsäure. Wie auch beim Edelstahl scheint die Säure dem Metall auf kurze Zeit nichts anzuhaben. Es ist sehr spannend zu sehen, was die Säure mit Gold machen würde und das werde ich in dem nächsten Video zeigen. Sehr reaktives Natrium und Hexafluorantimonsäure. Das Natrium bildet eine weiß-gelb-grüne Schicht. Eine kurze Anekdote, nachdem ich mit diesem Materialien hier gearbeitet habe, entsorge ich sie immer in einer Calciumchlorid-Lösung. Calciumchlorid neutralisiert die Säure bzw. auch die giftigen Fluorid-Ionen und damit ist alles gut. Bei der Entsorgung des Natriums allerdings gibt es da Probleme. Denn Natrium explodiert in Kontakt mit Wasser. Bei der Entsorgung des Natriums ist es mir dann auch tatsächlich explodiert. Aber ich habe meinen Rechtskräften leider nicht Bescheid gesagt. Als ich aus dem Labor kam, guckte ich in alarmierte Gesichter. Es ist aber zum Glück ja nichts passiert, weil ich darauf gefasst war. Im Falle einer Kontamination mit Flusssäure und ähnlichen Verbindungen, wie es beispielsweise auch Hexafluorantimonsäure ist, wird als Notfallmedikament 10%ige Calcium-Gluconat-Lösung unter die Haut gespritzt. Und hier zeige ich jetzt, was das Calcium-Gluconat mit der Säure macht. Erstmal ist aufgrund der schlecht gewählten Hintergrundfarbe nicht viel zu erkennen. Das wird sich gleich aber ändern. Calcium-Ionen aus dem Calcium-Gluconat reagieren mit den Fluorid-Ionen aus der Hexafluorantimonsäure zu Calcium-Fluorid. Damit sind die Fluorid-Ionen, die im Fall der Fälle tödlichen Schaden in unserem Körper anrichten würden, an das Calcium gebunden und somit ist dann auch alles gut. Dieses in unserem Körper unlösliche Calcium-Fluorid schwebt dann einfach rum und wird irgendwann ausgeschieden. Normalerweise würde Fluorid genau das gleiche mit unseren körperinternen Calcium- und Magnesium-Ionen machen. Die brauchen wir aber zum Überleben. Viel besser ist es also, wenn das Fluorid das mit dem Gegengift macht. Das Calcium-Fluorid ist weiß, daher erhalten wir nach der Reaktion eine stark getrübte Lösung. Kohlenstoff und Hexafluorantimonsäure Eine spezielle Form des Kohlenstoffs ist der Diamant. Zusammen mit dem Gold-Test werde ich auch einen Diamanten gegen die Säure antreten lassen. Das bedeutet, irgendwann in der Zukunft wird ein Video kommen, das in etwa Hexafluorantimonsäure vs. Gold und Diamant heißen wird. Ja, was soll ich jetzt abschließend sagen? Wir haben definitiv Geschichte geschrieben, denn das ist erst das zweite Video auf YouTube zu dieser Säure. Und auch das erste Video zu Hexafluorantimonsäure überhaupt im deutschen Raum. Das ist extrem krass. Das macht mich stolz. Das kann uns alle stolz machen. Und hier haben wir doch ein schönes Stück Literatur mit dem Video geschaffen. Es werden auch Kurzvideos folgen, also Kurzvideos zu der Säure. Und es ist auch schon geplant, dass ein zweiter Teil kommt. Das ist dann ein Projekt für das nächste Jahr. Dort werde ich dann mehr von dieser Säure bestellen, sodass wir nicht nur ein Milliliter auf Fleisch geben, sondern vielleicht auch mal eine ganze Flasche oder sowas. Bis dahin, Leute, ich bin geschafft. Das Video war krass. Ich bin froh, dass es online kommt und wir auch alle rausgegangen sind, meine Rettungskräfte und ich. Aber komm, ich höre jetzt auf zu reden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf die nächsten Videos. Bis dann.